ARD Text im Auftrag von Funk Alter, da kann das ja meine, die ich jetzt höre, aber das sind ja deine! Hallo Mario! Die schießen ja auf uns! Habe ihn! Ich habe dann auf uns Gesicht geschossen! Das ist ja in Blut von dir! Habe ihn in der unteren Bereich oder auch oben? Auch oben! Auflaut, die schießen! Die Escape oben? Oh, sorry, sorry, sorry! Ja, weil du gerade reingekommen bist, sorry! Nee, ich musste gerade eben zurück, weil mein Magazin jetzt geht! Ah, okay, okay! Oh nein, der Gegner! Blood! Wie ist das? Ja, ja, das tut die Wette auf. Ich habe zweimal die blute Wand getroffen, ey. Shit. Deadman! In der Mitte von dem Ding da. In der Mitte von dem? Ja, dem. Hab ihn. Hat sein Hirn echt gekocht. Hä? Jetzt habe ich ihn. Bleib drin, ich gehe für dich raus. Dumm, Leute. Dumm. Das ist jetzt richtig geil, gell. Ich häule richtig auf. Und wie, ey. Ich hier aufräume. Der Scheiß hat träumt mich gepägt, Mann. Oh, Mann. Das kriegt er wieder, Mann. Das kriegt er so hart wie das. Links runter, alt links runter. Du bist bei mir, Baby. Wunderschön. Hier in Gang. Wir rennen da drei Swerben. Schau mal, ich nehme dich jetzt mal so rein. Ich mache dann so Terminata-Musik rein. Mario. VW ist dick lecken. Oh, yeah. Du musst nachladen. Du bist bereit. Du musst die Waffe noch entsichern. Und... Ihr seid zu viele hier oben. Viel zu viele. Ihr wart gerade eben sechs Mann. Ohne mich. Was soll ich hier oben? 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 Ja. Läuft. Sieht auf dem Bild ziemlich gut aus. Hab ich doch gesagt? Ja. Gefällt mir. Sieht gut aus. Du bist wunderschön. Wolltest du mein Herz fühlen? Ja. Ist es noch da? Ist es noch da. Ich habe da kein Moment zu rennen, weißt du das? Ich hätte auch lieber Bock, mich in den Stuhl zu setzen und Leute abzuschießen. Oh, habe ich auch. Links lastig sind die hier. Sorry Niklas. Ich liebe dich. Fuck, zieht das. Ja, Högi hat keine Freunde. Högi ist hingegangen. Bang. Wie stürmen wir jetzt, oder wie? Ja. Da kommen wir auch lang, weil ich noch nie lang gelaufen bin. Ja, viel Glück. Sind wir da lang? Ja, darfst du. Ist es gut? Wenn du viel kassieren willst, kannst du da jetzt reinrennen. Nee, ich will meine Statistik nicht kaputt machen. Okay. Wir brauchen die ersten Klammern jetzt, komm. Okay, los geht's. Hallo. Wunderschön. Was ist das? Geh mal ran, berühr's mal. Ich halte Deckung. Irgendwer hat das verloren von uns. Was ist das? Ein Schutzkörper. Steck's ein erstmal. Genau. Ich hab's aber erschossen. Kein Problem. Aber auf Höhe von Dingeln steht nicht. Okay, ich bin dabei bei Dingeln. Okay, ich bin dabei bei Dingeln. Oh, Höhe geht die Klammer wirklich auf. Komm her. Oh, den nehm ich noch. Oh, den nehm ich noch. Ich hab ne Klammer. Rote. Der Hügel. Ich passt die. Rittiger Sack. Oh, die Person ist anders. Kommt bei dir auch was raus? Bei dir kommt nix raus, ne? Bitte stehen bleiben. Ich hab ihn abgeknackt. Ich hasse dich Högi. Ah, fit. Ich wollte mir grad noch eine Kanade. Ich hab's wieder in Ruhe. Ich glaub, ich liebe dich. Ich hab's wieder in Ruhe. Ich glaub, ich liebe dich. Oh, kein. Ja, drück dich, drück dich. Drück dich, drück dich. Drück dich! Oh, mein. Was mach ich mit deinen Beinen? Oh, fuck, der ist gut. Was mach ich mit deinen Beinen? Ich hab's wieder in Ruhe. Oh, mein. Oh, mein. Da liegt alles lang, wo Daniel. Ja? Ich sehe sie nicht. Ich liebe dich. Hier ist rot. Hier, komm her. Niklas, auf rum zu heulen. Du bist ein erwachsener Mann. Hier. Wollen wir nicht zeigen? Ja, kurz nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Kleinen Moment. Hint. Okay, geht weiter. Hint. Ey, geh mal aus der Schussbahn. Hint. Zum Glück hat er dich. Zum Glück hat er dich. Leck mich am Arsch. Verklappt ruhig ab. Hint. Das hab ich auf Video jetzt. Jetzt geht's ab. Die stehen dazu. Ich komm da gar nicht hin. Was kriegst du dich? Au, au, au. Ich deck dich. Ich deck dich. Ich deck dich. Schieß. Schieß keiner. Haben wir dich schon abgetatscht? Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt 50 hatte oder nicht. Aber ist egal, komm. Dankeschön. Ich bring dich erstmal zurück. Ja, ma'am. Ich habe gerade fünf Klammern abgegeben. Fünf. Fünf. Warum hast du dich nicht abgegeben? Weil ich nicht konnte. Da hinten geht's richtig ab. Das ist Münze hier im großen Raum. Du musst ja schon trotzdem zurück. Niklas hab ich? Niklas, hit? Nogalas. Ja. Nogalas, okay. Keine Angst. Niklas, hör auf so pimpig zu sein. Er wär wie seine Tage. Danke. Er wird hinten beschossen. Niklas wird beschossen. Ach, jetzt. Oh. Kann ich nicht? Ja? Ja. Du bist wunderschön. Ich hab's nicht. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn. Mach doch, mach doch. Ich freu mich. Mach. Danke, danke. Danke, danke. Hier. Du musst doch hier mit dem auch zusammensteigen. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Du hast ihn. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Ich weiß, der hat mich wahrscheinlich am Rücken beschossen. Oh, ich geh um die Ecke und guck mich in die Scheißecke. Das war mein Fehler. Hey. Gib Spaß, ey. Pass mal auf. Tögi. Ist das nicht nur Semi? Was? Semi? Ja. Oh, Entschuldigung. Ich hab auch gerade gedacht, was? Ich hab gerade kurz gedacht, er triggert so. Ja, ja. Dann Semi. Heftig, ne? Speed Trigger Scheiße. Aber er hat getroffen. Hier vorne. Ja, ich glaube auch Laser Ding. Ja, an der Waffe. Hier oben. Ja. Das ist trotzdem gut. Wir haben die abgeklatscht. Das kühlt. Das glaube ich.